Ja, da gibt's noch mal ne Nebenwäsche, ne? Die mal noch abholen. Oh ja, kann das einer von euch, oder? Woll ich sie holen, oder was? Da gibt's noch ne Kirschte. Bleib mal sitzen. Ey, sag mal! Der Tutut-Tut-Trap sieht irgendwie lustig aus. All die kleinen Tierchen, eine Öko-Kriegerin braucht deine Hilfe, um ein paar niedliche Tierchen aus einer giftigen Mundkippie zu rennen. Ich kann mir schon denken, wie niedlich die Tierchen sind. Ah ja, bestimmt. Führerin der Konkordianischen Befreiungsfront. Wir sind die kleinen Helfer von Mutter Natur. Und es gibt eine Spezies, die ist vom Aussterben bedroht und braucht dringend Hilfe. Ich schicke dir einen Satz Koordinaten auf dein Echo. Alles weitere, wenn du vor Ort bist. Irgendwie trau ich dann ganz nicht. Ja, irgendwie ist ein bisschen spanisch, ne? So, was sind das für Türchen, bitte? Das müssen so eklige, fleischfressende Monster oder Würmer oder sowas? Irgendwas ekelhaft ist. Ey, warte mal, ich gucke gerade mal, welche Quest näher ist, oder? Wäre völlig geschickt da. Das eine ist ein Stunt on Slave, das andere ist ein Triton Flats. Und wo sind wir jetzt? Wissen Triton Flats? Ja, wo sind Triton Flats? Ja, alles klar. Wo ist mein Gefährt? Dann, äh, ich fahr schon mal mit dem Arnold los. Du fährst schon mal los. Ja, eben. Du, du, du. The Claptrap Train kommt schon. Okay, ich finde... The Mad Trap. Hey, da sind andere Fahrzeuge. Hey, hier müssen wir was finden oder was? Achso, ne, das ist einfach nur... Super, ich mach gar keinen Schaden gegen den. Äh, ich hätte halt auch eher Raketen genommen. Aber schön geil. So, was müssen wir jetzt hier machen? Finde... Ähm, das Eko finden. Ah, rammt doch nicht immer so wie so Begründete. Ah, Schaden machen wir doch genug. Alter, was geht hier? Ah, das Eko hundert. Nochmal einer. Was sind denn so fliegende Drecksdinger? Ja, das Eko finde ich gut, es schwimmt da oben drauf, oder? Oder manche, es wird getroppt von den Viechern. Ah, wie das streut. Ja, brutal. Wow. Ah, da bist du nicht mit dir. Ganz ruhig, Fabian, ganz ruhig. Hu, hu. Hui. Du bist halt mich doch gerammt. Hey, hey, hey. Alter, was ist hier los? Alter. Hier kommt wieder einer. Ja. Die kommen immer wieder. Müssen wir die auch alle ausschalten? Sind immer unterschiedliche Gegner? Ja, ich weiß nicht, oder? Das liegt oben drauf, da, was? Wahrscheinlich liegt das irgendwo, das Eko. Oben, da ist, warte mal. Immer oben drauf. Liegt bestimmt oben drauf. Das ist scheiße. Ich steig auch mal kurz aus. Wir fährten hier überall rum. Nein, hier liegt's nicht. Vielleicht. Ja, vielleicht da vorne. Eine Granate. Aaaah. Ui, yes, Alter. Sorry. Und den. Vollidiot. Oh, das ist ja in dem kompletten Gebiet, kann das ja sein. Das ist riesig. Da unten ist da unten. Der vorne ist halt irgendwie so ein, ähm, so ein Mond-Buggy. Oh, das sieht doch hier im Wagen aus. Bitte durchsuche ihn urtigst möglich. Wo ist Ihr Wagen? Ja, ich bin grad da. Da, da liegt auch was drin, glaube ich, oder? Ui, doch mal. Mein Liebster! Ich sitze im Rahmen unseres Warnungsfest und zähle von üblen Banditen. Wenn du diese Nachricht hörst, vergiss mich! Lebe in Freiheit und dein Wohl! Ja klar. Halt's auf. Schrecklich. Ich erspäne keine Leiche. Vielleicht atme Deidre ja noch und wurde nur in die Banditensiedlung in der Nähe verschleppt. Genau. Oh Mann. Ich markiere die Leiche auf deinem Echo. Bin der Kammerjäger. Finde meine Liebste. Weil ihr sie noch unter den Sternen oder schon im Ende. Halt alles drauf. Irgendwie ist ja schon, irgendwie ist ja schon klar, was, was, was sie vorhat, oder? Ja. Ich hab's schon falsch beflügt. Klar, wir können da reinfahren, oder? Wow. Wir sind auf jeden Fall hoch. Ja. Können wir ja. Du kommst von Nina, ja? Ne, na. War ein Dr. Seth trotzdem cool. Nina hat sowas Kaltes, Russisches an sich. Ja. Oh, was ist das? Oh. Gegner. Ah, Alter. Au, au, au. Alter. Ich bin fast... Oh, schnell hier rein. Schieß. Ah, er hat von meinem Schild geschossen und ich bin gestorben. Mann, das geht nicht. Ich hole dich zurück. Oh, ich liege auch. Oh. Leute. Oh, ich bin tot. Alter, ich bin kaputt. Hä, wieso bin ich so schnell tot gegangen? Lag doch erst. Alter, ich liege. Was trifft uns da so übel? Das ist schon heftig. Hier fahren überall die Viecher rum. Fliege. Oh, das war toll. Jetzt ganz... Fliege, ich liege, ich liege. Ich hab nur noch einen Health. Boah, Alter, wie weit. Ich muss da schnell rein. So, da unten fährt da irgendwo was rum. Ja. Die Sniper ist echt verdammt stark. Vorsicht. Schau, lila, oder? Wuhu. Jetzt hat er das Schild in Aktion gesehen. Leider nicht mit der vollen Stärke, aber... Kommt alles. Bei der Atina kannst du bestimmt auch zum Mega-Tank-Skill noch, oder? Ja. Ja, was ist das? Ein Bad-Ass-Scarv. Oh, nee. Ich glaub, wir haben Zeit für Kammerjäger-Echse, Alter. Das heißt jetzt, wir machen mehr Schaden, aber wir treffen nicht so gut, oder? Boah! Komm, der nächste Bad-Ass raus. Ah! Ray, machst du das? Ja, ich mach. Boah, Leck, ich krieg sie auf den Sack, ey. Ey, das ist voll... Der Buff, wo ich hab, ist total scheiße. Mein Schild ist so gut wie nicht vorhanden. Oh, der hat der Sniper fallen gelassen, oder? Na, schaut schon. Habt ihr alles? Hier ist ne blaue MG. Ja, für mich vielleicht. Guckt mal. Wo ist sie? Hier ist noch ne weiße Flinte. Ja, der gute Snipe. Ich glaub, ich nehm sogar eher die, anstatt die blaue. Irgendwie, die blaue ist so... Ein bisschen Mondstein. Ein bisschen Zahnstein. Zahnstein hast du auch. Ein bisschen Zahnstein. Zahnstein ist immer gut, ja. Bei Fuß, extra Infektionsschaden. Wow, die ist sogar ziemlich gut. Davon kannst du nicht genug haben. Will's jemand anders, vielleicht? Ne, du siehst du nicht. Ne, du siehst du nicht. Ich weiß es halt grad nicht, weil die Waffe, die ich habe, ist halt irgendwie scheiße. Die ist so Dauerfeuer-Scheiß-Gedöns, mag ich nicht. He. Passt auf eure Dinge auf, dann lege ich meine ab. Kann die was, deine? Ja, ich glaub, die ist nicht schlecht, aber man muss halt ziemlich Dauerfeuer machen. Wow, ist die doch voll gut. Ja, aber du musst halt Dauerfeuer machen, sonst springt das nix. Wer werft denn da alles raus? Ja, ich hab da ein bisschen was rausgeworfen. Ja, dann nimm's eh und verkauf's, gibt dir alles Geld. Oh, ich will jetzt endlich mehr Platz haben. Ehm, nimm hier mit. Macht ruhig. So. So, wo müssen wir jetzt hin? Geht sich bestimmt hier ein gutes, schönes Leben? Ähm, suche... Scarflager nach... Daytree. Daytree. Fallen wir uns auf. Da liegt doch schon was. Hab schon was. Echo. Echo. Ja. Fehlende Echo. Wenn ihr mehrere findet, nicht aktivieren erst, wenn das fertig ist, ne? Ja. Okay. Oh, was hab ich jetzt genommen? Hä? Ja, hier ist Tobias Titlebaum von der Designabteilung. Die Muster von den O2-Tanks sind jetzt da. Die Farbe wirkt sehr gut. Der Kontrast ist spitze. Aber... Ich hatte eine andere Schrift geordert. Das liest sich jetzt mehr wie Oskit. Äh, das müssen ihr... Boah, was soll das? Wie sind meine Männer? Und ist das meine Echo-Nachricht? Maren schickt dich, oder? Er wirkt nett, aber der Typ spinnt total. Ich wache nachts auf und er starrt mich an. Ich geh Freundinnen besuchen und er folgt mir. Und an unserem Hochzeitstag wollte er, dass wir beide Selbstmord begehen. Da wusste ich, ich musste... Deshalb hab ich meinen dramatischen Tod inszeniert. Wahnsinn. Und hilfst du den Arsch nicht? Nein. Maren hat wahnsinnig viel Verwandtschaft. Die würden dich rächen wollen. Aber ich hab einen Plan, Kammerjäger. Er ist durchgeknallt, aber er sollte Maren überzeugen, dass ich sowas von tot bin. Hilfst du mir? So Typen hasse ich. Ich bin dabei. Maren lässt mich nur in Ruhe, wenn ich tot bin. Also töten wir mich. Naja, meine missratene Zwillingsresta Maureen. Ich weiß nichts von ihr und sie ist genauso gaga wie er. Sie ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und versteckt sich in der Nähe. Finde sie, töte sie und zeig Maren ihre Leiche. Ganz einfach, oder? Alter. Ihre Schwester, natürlich. Alter, wie sind die hier alle drauf? Jeder will... Es hat aber wieder die vom Fabi gesprochen. Die ist total krank drauf, ey. Ja. Passt du mir. Kommt mal kurz hier rüber, Chies. Kann man noch irgendwas aktivieren? Ja, dann aktivier doch. Was war das? War ich. Was hab ich da jetzt aktiviert? Weiß nicht. Boom, aufpassen. Naja, da geht was nicht. Passiert nichts, gell? Da ist irgendwas gesperrt, wenn man da dran zieht dann... Vielleicht muss man da erst was freischalten. Ey, das ist meiner. Oh. Dann hab ich extra hierher gekarrt. Was ist unserer? Der ist wahrscheinlich noch da unten. Ne, ich hab beide neu gespawnt, das heißt, ihr dürft jetzt laufen. Was? Du Pedder. Ja, ihr dürft hier ja glaube ich neue spawnen, oder? Ja, hier ist ja noch einer. Ja, ja, ja. Der Oskar? Der Oskar mit einer Rakete aufm drücken? Ja, denn der Oskar ist ja die Oskar. Stierb Oskar. Ich hab ja einen Oskar. Wo müssen wir ihn jetzt eigentlich hinkriegen? Wurschen, das mit der Schwester. Braucht jemand das Oskar hier? Oh, das ist ganz da oben. Ich gucke grad mal, wo die Hauptquest ist. Zu Zubbanner. Du hast gefragt? Wo ist denn die Hauptquest? Gucken wir mal, ob's... Die ist... Die ist näher, glaube ich, die Hauptquest. So Arnold, spawn mal hier ein Dingens, wobei's. Jawoll. Sehr schön, soll ich wieder fahren? Fahr du. Machen wir erst die Hauptquestion, ja. Folg den beiden. Folgen sie dem Taxi. Okay. Das ist eine Station. Alter, du fährst wie eine Sau. Alter, wir sterben. Gute Nacht. Oh mein Gott. Sorry, das wollte ich echt nicht. Alter, ihr geht es aber übel ab, ey. Wolltest du nicht, aber wolltest du es. Irgendwie sterben wir beide, wenn wir warten. Da oben ist so ein Geschützturm. Wir gehen gleich kaputt. Ja, ich steig schon mal aus. Sicher ist sicher. Alter, der ist ja voll übel da oben. Warte, 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 warte. Fahren wir nochmal zurück. Wir müssen Gas geben zu unseren Kollegen hier. Tf6, warte. Nimm ein anderes Fahrzeug. Hast du das selbst gemacht? Okay, dann fahr ich schon mal. Oh, jetzt bin ich jetzt. Okay, 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 okay. Ich lebe wieder. Oh, jetzt ist es nicht mehr. Wo sind denn die Gegner hier? Da hätte ich mich mitnehmen sollen. Jetzt, sorry. Lebe wieder. So, jetzt aber. Ich schaff's aber. Ich bin ja voll im Echsenkessel, ey. Es wäre cool, wenn ihr mal kommt. Ja, wir sind da. Ich bin da. Wie geil die Order heißen. Bura, Bura. Alter, sind das doch Tripods, bitte? Das sind keine Tripods, die fliegen, mein Freund. Tripods. Ich glaube, es wird wieder mal Zeit. Wird Kammerjäger-Echse, ey. Boom, boom. Ein mänchenwerbisch am Start. Ich bin da. Ah, dieser Waffenzu-Modus ist einfach mega genial. Wie er in der Farbe hinterherläuft. Oh, fuck. Nein, jetzt liegt er. Neue Stärke, Freund. Wer hat das den Griff wieder deaktiviert? Keine Ahnung. Fabi bestimmt. Natürlich. Ich bin's immer. Ja, klar. Seit du einmal in Borderlands 2 den Schalter umgelegt hast, bist du immer du der Schalter-Umleger. Ja, aber da ist noch was dran, ne. Haja. Ob da vorrushen, alles anklicken und abcrappen, was nur geht. Aber echt. Mein Ding. Meine Passion. Das ist ein riesiges Scheiß. Das ist immer schön in das blaue Auge schießen. Da gibt's ein Rit. Ich hoffe, dass bald mal wieder jemand eine Fähigkeit bekommt mit einem Munitionsauffüllen. Hat das jemand in seinem Bau? Ne, das kriegst du wieder als Ding. Weißt du, das wo du jetzt Rassler hast, wo der auch Rampage-Mack hat, wo der Mushroom-Dominator und wo ich Mad-Trap hab, die Dinger sind es dann wieder, wo wir da brauchen. Oh, hier ist ein... Hier ist ein Postfach? Oh. Ja, was besonderes. Was? Also ich hab Schild, äh, Team-Schild-Lade-Verzögerung und Kapazität verbessert. Cool. Ich hab leider nur meine Feuerrate erhöht, mehr nicht. Ja, ich auch noch meine. Und dafür hab er mein Schild schlecht. Da. Das hab ich eigentlich gar nicht. Gar kein Schild, wenn man's genau nimmt. Das ist schlecht. Unser Ding ist ja explodiert. Das ist... Da ist aber noch ne, ne, ne Station da. Hinter uns. Oh, da liegt man. Ja sag mal, wieso kommt da so viele? Weil Borderlands immer viel Gegner hat. Die schießen die mich an. Da, mit dem Schild in die Fresse. Krieg meine Level-Ups überhaupt nicht mit? Das ist voll komisch. Guck mal, im Zweier wurde es immer so voll fett in deinem Mund hier angezeigt. So, bam, Level-Up. Bei Weber auch jetzt. Also, ich krieg's mit. Echt? Bei mir kommt der irgendwie nie. Ja, bei mir auch. Riesig jetzt. Bam, next level, level 8. Echt jetzt? Da muss ich mal drauf achten. Ich seh da echt nix. Ich seh immer noch bei euch, bam. Boah, ich hab schon... Also, Runden zeigst du mal immer relativ groß an. Ich frag grad, jemand im Menü, das hat euch weggehauen, ne? Ja. Ihr seid so Vögel, ey. Habt ihr das gesehen, Freunde? Boah, aber das war voll krass. War das das Schild, oder was? Alter, du bist voll mein Captain Amerikina, Alter. Captain Athena. Amerikina? Amerikina. Ja, Amerika... Amerika ist ja männlich, weißt du? So, und dann Amerikina, weißt du? Und so. Captain Amerikar... Rina. Captain Amerikar... Oder Caricar. Capina... Capina, äh... Capina, Capina. Oh, jetzt häng ich... Voll in die Spalte gerutscht. Das sah halt richtig geil aus. Voll in die Spalte gerutscht. So. Haben wir jetzt ein Raketenmobil. Fahrzeuge sind da. Ne. Es raucht aber ordentlich. Ha, 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 ha. Er fährt wie ne Sau, ganz ehrlich. Er kann halt nicht fahren. Wie im echten Leben. Alter, jetzt bitte stützt dich ab, gell? Sag's dir. Du fährst echt wie ne Sau, Alter. Bin total drauf. Verdammt. Und Turbo. Da müssen wir aber auch hin. Da steht schon wieder ein Claptrap drin, Alter. Ich ahne Böses. Ja, hab mich noch am besten kaputt, du Vollidiot. Das Kftab. Alter. Wie er aussieht. Ja, was sollen wir machen? Oje. Ein blutiger Kick gegen eine rivalizierende Gang, die sich Darkseid aufnetzt. Bahnen hier einen blutigen Pfad durch ihre Reihen. Und knau ihnen die albernen Prismen, die von ihren härtesten Kämpfern getragen werden. Falls du überlebst, kehr hierher zu mir zurück. Ja, hab ich das vergessen. Die Dauerrein macht es hier mit von Petsgab. Das gibt extra Schub. Schieß auf die Knoll, der Kurt an der Seite des Sprungbrenn. Dann kriegst du einen Boost. Okay. Wie cool der dich da sitzt. Geile Sachen. Alter! Komm schnell rein. So, Vögel. Müssen wir ihn jetzt dahin... dahin drehen wo, ne? Oh, hier schlecht. Okay, uuuuh. Hey, was zum... Oh, oh, unser Fahrzeug ist schon sehr, sehr beschädigt. Oh, 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 Arnold raus hier. Alter! Bleib ruhig, bleib ruhig. Es lädt sich wieder auf und es lädt sich auf! Erstmal ein bisschen weg. Erstmal ein bisschen weg. So, wir sind wieder voll da. Da müssen wir, oder? Ui. Irgendwie verreißt die Dinger immer so cool. Ja, ist immer, glaub, richtig. Hier können wir auch reinfahren. Da kommen wieder die Dinger hoch. Oh, 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 oh. Okay. Seid ihr alle da? Ja. Sehr gut. Ich muss mich mal kurz heilen hier. Ja, das mach ich auch mal schnell. Boah, hier gibt's ein lila Schild, Leute. Im Angebot des Tages. Wenn du ein Schild brauchst, soll ich ein gutes Schild nehmen. Ich brauch unbedingt eins. Ich hab nur 22 Schildkapazität. Das ist schlecht, ja. Aber ich hab kein Geld dafür. Ah doch, warte, ich kann ja ein bisschen was verkaufen. Im Moment. Hast du meine Waffen aufgenommen? Ja, richtig. Vielleicht reicht's. Nee, reicht nicht. Scheiße. Ja, warte mal. Soll ich dir das noch Waffen geben? Soll ich dir was geben, zu verkaufen? Ja, gib mir mal was noch. Ich brauch noch 150. Ungefähr. Brauch ich nicht. Das, glaub ich, brauch ich nicht. Ja. Genug, oder? Nee, nee, nee. Ich brauch noch mal auf jeden Fall. Wahrscheinlich. Alter, ich hab auch noch was. Nehm die da. Ich hab was gar nichts bei mir, Alter. Ist das zu reichen, oder? 1600. Ja, das ist schon übel. Aber das ist... Ich hab echt so'n Scheiß-Schilder, ne? Ja, ich hab auch kein'n so gutes. 82 hat's, ne? Oh, das sieht schon... Meinst du hat 51? Ja, ich hab 22. Voll schlecht. Das ist doch gut. Ich werd die ganze... Das Schild war die ganze Zeit nicht. Nee, ich kauf mir keine Schilder jetzt erstmal. So, was hab ich hier noch? Da will ich auch nix, ganz ehrlich. Ich war das. Mach mal. So, jetzt ist der Skill voll. Perfekt. Also dieser... Ah ja, genau. Wir können ein bisschen skillen. Das mach ich jetzt auch mal ganz schnell. Ja, kannst du ja mal deinen Tree ein bisschen zeigen? Den Zuschauern. Meinen Zuschauer, ja. Mein Tree hier. Ich skill' grad auf Phalanx. Das ist eher so auf die ganze Schildattacken ausgelegt. Und da machen wir jetzt... Ach ja, wir erhöhen noch mal die Kraft meines Schildes. Ganz kurz. Das macht das Ding 35% Schaden noch dazu. Ganz kurz. Das ist schon... Schon Power. Jawohl. Und das nächste ist dann... Freunde Regeneration. Darauf freu ich mich. Peische mich grad wieder aus. Hm. Der peischt uns die ganze Zeit. Hm. Was zum... Kleiner Darksider. Kommt wohl von RedBelly. Tötete den! Tötete den! Wir wollen immer uns alle umbringen. Ja, wir w本 çaملwärm uns ja das Jim auch. Ganze kaputtetflut. Ow, 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 OW! mist ihr habt mir schon eine QRowaffe oder was? Ja, das ist jetzt mein Schild. Das sind die. Ja, die Dinger müssen wir einsammeln. Ja, was war das jetzt jetzt eben? Das Licht istwr mainly based. Pоньersmen muss man einsammeln. Ja, sie lassen die Stärkenkrieger fallen. Down 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 Aber von denen ist gar keiner stark. Was ist das? Da kriegst du einen extra Schub, wenn du drauf schießt oder sowas. Ne, da ist das aber so markiert weißt? Beschädige ihn. Achso. Da kriegst du einen... Down! Oh yes! Volle Power, Alter. Okay. Was muss man denn machen? Einfach rein. Ist schon passiert. Muss nur drauf gehen. Wir haben es überladen, dass man noch... Was muss ich machen? Nein, bei mir passiert nix. Drüber laufen. Einfach rein laufen. Nein, bei mir passiert nichts. Du bist so schwer, du fette Tussi, Alter. Nicht spring, spring. Ich spring doch nicht. Ich lauf doch ganz normal rein. Guckst du dir an? Dann schlag auf das Ding. Schlag das Ding. Du musst es überladen. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Oh! Der hält. Um Erdbeer fällt. Jetzt geht's. Jetzt geht's.